Sicher. Los! Was ist das? Russisch? Boa... Ne... T... T6... R... X... W... X... A... Y... T... A... O... M... Aufrücken! Jajaja! 50.000 Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, der ist... Bewegung! Ich höre hier die Schreie von den Leuten, die hier einst geliebt haben! Ein Helikopter! Da lang! Los jetzt! Wo lang? Oh, okay. Hu! Oh! Blöder Baum! Da ist das Hotel. Wir sollten die Übergabe von dem oberen Stockwerk daraus beobachten können. Gehen wir! Alles klar! Gut, dann schau jetzt nach, ob die Aufnahme aufgenommen wurde. Und sehen wir uns im nächsten Level. Bis dann, ciao! Okay, gute Nachrichten Leute! Es wurde aufgenommen! Und erst einmal... Dreh ich... Dreh ich das Neu... Äh... Dreh ich den Sound runter und dann starte ich es neu. Aber ihr habt ein bisschen was verpasst, weil... Ähm... Ich das Programm über Steuerung... Es unter Escape verlassen habe. Deswegen... Level neu starten. Sach! Ach, meine... Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. Oh egal. Okay, dann nehmen wir mal das Essgewehr ja. Der Wind ist etwas stärker. Weder ausgleichen oder ein bisschen warten. Okay. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf dieser Erklärung müsst ihr auch die Coriolis-Kraft mit einberechnen. Ui... Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Talibar! Ich seh den auch! Das ist nicht der Glanzkraft hier. Ich weiß nicht, weil... Ich bin hier vielleicht noch nicht, bis... Ich... ...des Blindistropole frei gespielt habe. Jaja. Die Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Wenn ich schnell aufgenommen habe, also ja. Das sei jetzt zum dritten Mal. Für die Leute, die das neu gecheckt haben. Oder wenn ich zu leise... Oder wo ich zu leise gesprochen habe. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduldkumpel. Auf Heilschussfelder. Ich will den kaputt schießen? Sag ich! Ich will den kaputt schießen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! So! Böse Heli! Wo bist du? Glatzi! Hier! Damit... Jetzt können wir den Doubleheadshot machen. Nein! 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 Ich habe keine Drohne! Tut mir leid! Na ja! Find denn da mit deinen Drohnen! Ich geh... Flick denn jetzt knill, du Arschloch! Ich habe hier dutzendweise Drohnen von einem anderen Dealer! Geh weg! Gehen hier! Sie werden nach uns suchen! Ich weiß! Komm schon! Ablegen! Zeit aufzubrechen! Oh oh! Leck! Leck! Geil! Leck! Oh sowas habe ich gewartet! Sterb ich wegen dem Leck! Wir müssen die Abkürzung nehmen! Mir nach! Ja ja ja! Ich seim mich mal ab, hä! Leck! Leck ist weg! Leck ist weg! Das wollte ich immer in meinem Let's Play sagen! Leck ist weg! Ne das kann ich sagen! Nicht wahr! Leck ist weg! Leck ist weg! Leck ist weg! Day 4! Day 4! Alpha 6! Wir wurden entdeckt! Wiederhole! Wir wurden entdeckt! Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4! Alpha 6! Das ist weg! Das ist weg! Das ist weg! Seien Sie pünktlich! Unser Sprecher schockt! Ende! Ha! Ja! Schöne Waffe! Die Sniper, die ist nichts! Ich fühle mich weg! Ich fühle mich zu groß! 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 Was weiß ich! So mein Let's Play Deutsch muss ich mich noch verbessern! Danke für die Wache! Tschüss! 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 Kuh! Du hast einen! Sehr schön! Ja doch! Ich hab schon einen! Okay! Ah! Hab ihn! Schau! Und schau! Was zum? Ich hab den doch voll mit... voll mit dem Messer ins Gesicht! Oah! Alpha 6! Big Bird ist unterwegs! Geschätzte Ankunftszeit 20 Minuten! Seien Sie pünktlich! BAM! 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 Hey! 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 Explodieren des Fahrzeugs! Was ist alles scammed! Alpha 6! Big Bird ist unterwegs! Geschätzte Ankunftszeit 20 Minuten! Das ist alles der vorführende! Alles der vorführende! Ja! Was? BAM! 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 Vergiss diese Typen! Wir werden noch zurückgelassen! Gehen wir zum Evakuierungspunkt! Wir müssen einen Evakuierungspunkt erreichen bevor es zu spät ist! In Bewegung bleiben! Erstmal will ich eine andere Waffe durchsteißen! Ah! Scheiße! Hey du! Oh! Ah! Wir schütteln sie im Apartment ab! Los! So! Tschau! Erstmal erstmal nachladen! Ok! So! 2, 1, und! Ok! Hier ist nix! Nicht mehr weiter! Und! Höh! Nicht du schon wieder! Ja! Jetzt hat er Angst! Der hat vor meinem Messer Angst! Los! Ne! Ne! Was für ein schlauer Hund! Was für ein schlauer Hund! Schlauer Köter! So! Ein Loch in der Wand ist! Sticksal! Hab die Füßen? Ja! Jetzt hab ich den ersten Ehre bei der... Da wo ich den Lauf gemacht hab ich's auch gemacht! Also... Er ist erledigt! Aber der noch nicht! Jetzt da! Ah! SMG glaube ich! Ist das? Oder? Hey! Wo bist du? Lass mich hier nicht alleine! Nein! Bist du hier draußen? Ja! Hier bist du! Wer hinter uns? Ok! Helikopter im Anflug! Runter mit ihm! Moment! 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 Wir müssen uns mit dir holen! Alle lauf doch nicht... Lauf doch! Geh weg! Gute Nacht, Bastard! Woah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab dich gewacht! War ich das schon? Bei der Vorausgangsszene? Verdammt! Kann mir nicht rühren! Tut mir leid, Kumpel! Du wirst mich tragen müssen! Na komm! Na komm! Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, musst du mir eine gute Stelle geben, von der aus ich Deckung geben kann! Okay! Der Evakuierungskrunk ist im Südwesten! Wir können das immer noch schaffen, wenn wir uns verheilen! Jetzt mach ich's an, auf V-Pizza! Okay! Ziele nähern sich! Such mir eine Stelle, von der aus sich Deckung geben kann und setz mich ab! Ja, 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 ja! Hier, hier! Hier, hier! Es kommen noch mehr von Laufen! What the hell? Was ist das? Oh man! Oh man! Oh man! Ah! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Ich hab' meinen Infinity! Der lebt noch! Er ist nicht mehr! Komm! Woh! Oh man! Oh man! Oh man, komm! Oh man, komm! Oh man! Oh man! Es passiert uns hier! Oh man, immer Wunder! авin! mal kurz Pause machen. Bis dann, Leute. Tschau! Okay, es geht weiter. Ich hab's noch, den Sound noch mal weiter runtergedreht, weil man mich immer noch nicht zu Bescheid gehört hat, hab ich gesehen. Das liegt daran, weil die Musik immer so laut ist und die Musik und den Sound kann nicht einzeln Feinde einem abstellen und deswegen hört ihr manchmal die Sprachausgabe oder den Sound nicht oder die Musik ist zu laut oder was weiß ich. Auf jeden Fall das ist halt so, ich kann das nicht machen, ey, ich kann das nicht ändern. Das liegt am Spiel. So. Wo sind denn die Feinde? Feinde! Aktivität Nordosten! Nordosten! War ich nicht ziel denn da? Hey, geil, jetzt hab ich ohne Zielen ge- äh, gekillt. Ha-ha, ich hab dich ohne Zielen gekillt! Was? Oh-oh. Nicht zu weit rausgehen! Ja, ja, sorry. Feinde nähern sich von Westen. Lass ihn in Ruhe. Wow! Tschüss. Tschüss. Ich hab'n bessere Flexer als du. Oh-oh. Okay. Granate ist down. Hey, du! Geht's doch ohne? Ja, ich geh doch ohne. Ist denn, ist denn noch einer? Hallo! Oh, ich glaub' ich atme grad wieder ins Mic. Ich hab' keine Ahnung. Ah, ich muss endlich mal anmachen, dass ich höre, was ich sage, ist ins Mic. Das wär' besser. Ich hab's einmal geschafft, das anzumachen, aber ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Da muss ich, glaub' ich, im Tutorial bei YouTube anschauen oder sowas. Ja. Mal schauen. Vielleicht werde ich im nächsten Mal besser leben. Ja, 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 ja. Ja, hab ich bei den ersten Aufnahmen von mir, ähm, nicht den Mic nach oben gefunden, aber jetzt weiß ich die Mic. So, jetzt geht's weiter. Nehmen wir mal kurz Pause. Oh, nee, hier bin ich leider. Ich hab' hier'n Hund gerade gesehen. Ist es der von... Ne, ich weiß nicht, ich hab' hier aber gefüllt. Hey, du! Mein vierpfötiger Freund. Moment, mein Hesse war ne'g'scheid jetzt. Hey, ihr! Gut, flit. Wo holen sie immer die Hunde her? Hey, meine Fresse. Moment, die sollten die Hundezwinger... Schon nächst müssen wir die Räume überprüfen. Die sollten... Was? Die sollten Hundezwinger, ja, aufmachen. So viel Hunde die haben. Bah! Bah! Geh weg! Wichser! Zeit zu gehen! Heb mich hoch! Ja, die kommen, die gibt's bei Feinde. Die hättest du immer leignen gequillt. Wissen. Folge dem Ziel und... Ruhig jetzt! Folge dem Radar, ja, ja, ja. Ich bleib, ich bleib ruhig! Ich bin... Ruhig, ja. Ich bin... Ruhig. Okay. Wir sind fast da. Der Evangierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Ja, schön. Ach, mein Headset. Das ist zu leicht, deswegen fix von mir leicht vorm Kopf jetzt. Das war's. Bis zum nächsten Mal.